jo leute herzlichen willkommen zu einer neuen folge microsoft bedwars heute elu bedwars auf nerox race gut dann spielen wir jetzt nerox race elu bedwars alter mann ich dachte gerade er hackt so stellen wir mal ganz kurz meine einstellungen hier um weil die anderen mich gerade näher finden oder weil ich gerade die am besten brauche ich hoffe jetzt bekomme ich keine elf best jobs wir gehen gleich mal auf grün würde ich sagen so jetzt brauche ich wieder die anderen einstellungen aber naja egal ok gelb scheint schon mal gut zu sein mein mail müsste sie sogar noch bekommen und das meinte ich die fps jobs weil ihr nämlich jetzt im video vielleicht stampelt bekommt ja komm hör doch auf scheiß schmock mann immer weg die erste runde war schon mal richtig gefällt aber vielleicht denkt wenn ihr in zukunft scammersuchen auf griefer games spiel sehen wollt weil ich spiele nämlich wieder auf griefer games das city bild ab gerade als ich bau gerade wieder so und fetten so mega fetten hallo und wenn ihr das sehen wollt scammers suchen dann schreibt es jedenfalls in die kommentare also wer weiß wer nicht weiß was scammersuchen ist dann schaut bei caddy septor ja ok septor eigentlich eher weniger müssen jailbreak für und so youtube vorbei die dies ist es halt einfach so weil auf griefer games kann man als sachen kaufen und verkaufen griefer games ist dafür bekannt dass viele leute scammen und wenn man scammen heißt hat abziehen also ich gebe denen geld also jetzt in dem geld kein echtes geld und die gehen halt dann und die geben mir halt dann die ware nicht zum beispiel ein biegen den ich kaufe und die geben mir denn ich das ist gern und dann mache ich ein video drüber wie hat ich hier probiert ich scammer auftauchen ihr halt dann bis wisst wer ein scammer ist und wer auch nicht also wäre es doch eigentlich eine ganz tolle sache oder und in kürze wird es dann pokémon go video kommen für euch weil ich mich das eigentlich ganz weil ich das spiel eigentlich generell wieder fahrer ok habt das bett das ist schon mal nice ok das ist mein mail also wer sich gerade fragt was das für ein texture pack ist das ist das schwitze pack v13 oh gott fps drops ich hasse ruhig oh fuck da kommen gerade gegner bett ihr funktioniert wieder nice danke alles klar reducer noch mehr rein aber ich habe sie schön fern geklatscht eine kleine weile lang gelb ok ich wollen wir mal den gelben bei oh gott der würde es ja geholt ok fuck hä wieso fangen denn immer als fps drops an aber er hatte nochmal kürt bei so oh gott ich weiß gerade echt nicht woran das jetzt gerade liegt dass ich an der fps drops gibt aber naja sie sind ja immer kurz man ich bin doch so schlecht gerade und mein märk und digger in elu bedwurst das sind doch so gute immer drin und wieso bekomme ich immer so ein scheiß mate jetzt mal ohne witz aber wenn ich die runde hier gewinne dann nehme ich alles zurück aber guck mal er schafft es halt nicht nie eins zu töten man so so komm schon mal wenn es jetzt schafft ihn zu töten dann dann bin ich ihm sogar noch sauer weil er dann mir das eh luke klaut oh ja okay dann würde ich sagen es war es dann mit der runde ähm lasst gerne ein like und ein abu da also haut da rein bis zum nächsten mal und 6 6